Jo Freunde und Herzlich Willkommen auf dem Kanal LP Alente und das ist jetzt mein allererster Vlog auf dem Kanal. Ihr seht, ich fahre gerade mit meinem Longboard rum und muss mich jetzt auch erstmal in die ganze Vlog-Geschichte reinarbeiten, gucken, dass ich in die Kamera gucke, aber gleichzeitig aufpasse das gegen keinen Stein oder so Fahrer. Und ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal ein kleines Stückchen hier lang. Ich war gerade mein Friseur, wie man sicherlich sieht. Und jo, dann nehme ich euch jetzt gleich mit zu Rewe und dann möchte ich erst mal ein bisschen was erzählen, was ich hier vor. Aber bis gleich. Jo Freunde und zwei, ihr müsst euch das so vorstellen. Ich habe gerade eine etwas ruhige Straße gefunden und hier fährt ein Auto nach dem anderen trotzdem vorbei. Top. Und ihr müsst euch das so vorstellen. Alenbock, also euch ohne, ist ein ziemlich kleines Caf und da ist es natürlich erstmal ziemlich komisch hier anfangen zu vloggen, weil hier jeder einen wirklich richtig schräg anguckt, wenn man mit der Kamera lang rennt. Und wir müssen es jetzt mal in diese Situation versetzen. Das ist einfach das übelste Dorf eigentlich. Also es ist jetzt kein Dorf, es ist schon eine kleine Stadt. Aber wenn du hier lang rennst, ist es durch eine Rewe mit deiner Kamera und es guckt dich einfach jeder an. Und da muss ich mich auch jetzt erstmal reinversetzen. Aber jetzt ist die Frage, warum mache ich Vlogs? Und zwar möchte ich hier so meine ganzen Events von YouTube aus filmen, also Netzwerktreffen. Die Games kommen auf jeden Fall, wo ich anwesend sein werde. Dann bin ich in ein paar Wochen in Chemnitz in einem Video Workshop Teil, wo es so um Videoschritt geht. Das werde ich auf jeden Fall angucken. Boah, eigentlich ist mal eine ordentliche Straße hier. Und ich sage, wir sehen euch gleich zu Hause. Tschüss. Jofan, ich bin jetzt bei mir zu Hause. Ihr kennt ja sicher den Hintergrund. Jetzt sind wir ja noch ein bisschen mehr durch den krassen Weintweger. Und ich werde jetzt gleich erstmal Skyblock aufnehmen. Ihr geht, ich habe hier schon Minecraft und alles offen. Hier drüben mein BTS. Äh, jo. Es ist gerade Dick Party. Und ihr könnt auch gerne mal an meinem Teamsweek vorbeischauen, lp-rette.de. Genauso wie der Server, mein Minecraft-Server. Vielleicht mal an der Stellegebung macht. Und ja, wenn nicht die ganze Vlogs-Sache auf meinem Kanal hier gefällt, würde ich mich nicht über eine Bewertung freuen. Und jo, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Und jo, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.